Knapp 270 Masernerkrankungen wurden seit Jahresbeginn in Österreich erfasst. Die österreichische Ärztekammer ruft angesichts der sich häufenden Fälle zur Masernimpfung auf. Die Kammer will zudem PCR-Tests und Täterbestimmungen als Kassenleistungen. Im Vorjahr war Österreich bereits im Europavergleich Spitzenreiter bei der Zahl gemeldeter Fälle. Die Masernimpfung wird derzeit ohne Altersbeschränkung kostenlos angeboten. Ab dem vollendeten 9. Lebensmonat werden im Impfplan zwei MMR-Impfungen empfohlen. Ziel sei es, die Masern überhaupt auszurotten, was mit dieser Impfung ja möglich ist, wenn die Bevölkerung sich auch impfen lässt, meinte Rudolf Schmitzberger, Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Ärztekammer. Vor allem Menschen, die zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1970er Jahre geboren sind, würden aufgrund des damaligen Impfstoffs keinen ausreichenden Impfschutz aufweisen. Besteht Masernverdacht, sollten Ordinationen jedenfalls vorab telefonisch oder telemedizinisch kontaktiert werden, um dort Ansteckungen zu vermeiden. So die stellvertretende Obfrau der Bundeskurie niedergelassener Ärzte. So die stellvertretende Obfrau der Bundeskanzlerin,